Hallöchen Leute, ich bin Peer Mark und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Wir haben hier Stalker noch, ein paar. Was ist? Was wollte ich eigentlich nicht? Ich wollte hier schon längst verschwinden. Ich bin hier angreifen oder so. Das ist ne gute Idee. Jo, war nicht schlecht. Ich will hier eigentlich weg. Hallo? Was er will. Ich habe den Boss gehabt, die ich besiegt habe. Nix da. Keine Gnade. Was ist man da? Falls ihr schon wer habt, dann kann... Die sind meistens schlecht. So, dann haben wir hier noch ne Waffengiste. Dann brauchte seine Tor hier nicht finden, das wir geöffnet haben. Hier ist sicher schon das allerbeste Zeug drin, dass es überhaupt gibt. Das habe ich schon, das nehme ich erst gar nicht mit. Ach du Herrliche, was ist da drin? Ein paar Granaten-Mods. Was ist das? Das sieht? Looped. Bonzing, bitte. Was ist das? So, ich weiß nicht. So schlecht. 966. Ah, Stromschlagschaden. Cool. Toll. Stromschlagschaden. Also, es macht einfach Schaden. Es müssen ja nicht unbedingt gegen ein Schild sein, aber... Okay. Das ist noch sowas mit schabnellartiger Kugelhagel. Das ist nicht so doll. Schockgranate kann ich auch brauchen eigentlich. Sollte ich mal mitnehmen. Das ist dann gar nicht mal... So, Blumen sammeln. Hier, überall. Ah, hier. Jo. Nice. Dann besorgen wir hier die. Bistel Lysken, our girls best friend. Das sehe ich auch so. Hallo. Hast du mein Freund? Na, na dann. Hallo. Hallo. So. War kurz geslagged. Okay, ciao. Aua. Oh, bist leider tot. Oh, bist leider tot. So. Passt. Ja, der Schild ist einfach so brand. Oh. Ja, wenn ich kein Schild mehr habe. Und wenn das so ein Ding ist, bei das Rack, dann kommen wir mal näher her. So. Passt. Ein BD ist also. Was ist das Ding hier? Klasse Mode, das gibt schon Schaden, Inneres Augeskill. Inneres Auges ist etwas, was wir noch nicht haben, nämlich mal an. Inneres Auges hier. Wir haben den kritischen Trefferschaden und Nahkampfschaden. Klingt gut. Sollte ich auch mal machen. Und die Klinge, die Klinge, die Klinge, die Klinge, die Klinge ernein. sein dass man das ist einfach nur mehr blumen vielleicht freizeichen 100 pro sicher was sind ja die porno ist irgendwo versteckt hier drin zum beispiel ok hier sind die pornos versteckt in dem bereich es war noch was kann man immer gebrauchen da drüben war das das mit dem schock wie komme ich darauf okay egal es haben wir lieber weiter blumen das ist mir viel lieber als jeder zogen warten und so blümchen sammeln ist besser ja du hast mich angeschaut ich dachte gefällt mir nicht obwohl ich immer so schnell mein schild kannst du bitte nicht zu mir fliegen habe ich die neue genannte auskostet ups hier wollte ich gar nicht was ist jetzt hier ganz schön was gerade abgeht ich glaube das sind alle wütend auf mich kann euch nicht sagen warum aber tja habt ihr davon habe ich nie etwas getan das war nicht so schlafen egal wer das hängt hier fest zum glück blumen wo weit schon überall und da kann man keine habe ich noch nicht genug blumen was ist das geht mir vor ort posch ist weniger okay ist das ist der nein so riecht nach was tschuldigung ich gehe es nicht riecht dir was oh ok was sind wir hier hinten oh geil erst mal kürzt erlisten dass ich da reden damit ich nicht das tut bestimmt nicht gut ernst ernst yolo absache geld voll episch gedotscht was soll das erst mal was tut der soll ich spawnen wenn ich bei dir bin du warst schwach so ich bin voll hinterhältig oder greifen wir dann einfach von hinten an weil ich schon längst hätte spawnen müssen zi 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 unbelieve böll na waffen kannst du denn so so mag ich das fangen wir hier an na 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 da wird was ausgeheckt skill ist fast 1000 wert ok das grüne beute brauche ich auch noch ein bisschen ok wenn du so ruden links macht muss ich springen ja jetzt zum beispiel ich gehe es mal töten damit ich Schilder abladen tja ja was ist hallo so ich werde es nicht sprechen darf oder irgendwas machen ja oh ja ich glaube es da eh erst puh ganz schön nervig so so und so läuft nicht zufrieden aber nicht alles so und blümchen richtig was dann war ich da nachgeladen hab ich geschossen kann mich nicht erinnern ich sage nahrung für laney nahrung na gut wenn es sein muss die kalte schulter schnappt ihr ein Stück wirklich sehe ich auch so haben wir schon verstreut das ganze Sache nachzuhalten bitte so dann schnappe ich mir noch ein stück das letzte stück ist rechts im zinne da oben irgendwo ich glaube ich habe den streich gehabt gesehen kann das sein äh hm ach da oben ok stimmt ich habe einen nonstop gedrückt das so hä hallo muss ich echt von dort ist das gehängt das wird ja nichts bringen naja ok gut dann nicht oder ich renne schon 50 kilometer für ein Stück pizza das ist es mir nicht wert das ist es eine ohne andere das ist es eine ohne andere das ist es eine ohne andere das ist natürlich schon zuerst die waffengiste schockschaden einfach dazu zähigkeit neue stärke gesundheit 35% max 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 Alter! Warum? Lass mich nur hoch! Ah! Okay, äh, wo ist Lainey? Verpasst Lainey eine gegen die Himmliche? Lalalala Ah, da muss ich später hin wahrscheinlich. Beziehungsweise schau ich da später einfach mal hin. Schau, das ist so cool. Ja, die Zeugs, die letzte Mission, die uns gefilmt, noch dort ist. Ein lecker bisschen! Eigentlich habe ich ja euch schon besiegt. Also... Lass euch mal friedlich sterben. Dem Rack da. So. Blümchen. Pizza? Wie aufmerksam, dass du mir so schöne Geschenke bringst. Vielleicht hätte ich mich doch nicht den Ratten anschließen sollen. Na also, ich wusste, du kommst früher oder später zu mir zurück. War das Scooter? Was glaubst du, warum ich hier abgehauen bin? Nur hier war ich vor dem Idiot mit seiner dämlichen Anmache sicher. Wenn Scooter nicht schätzt, dann musst du sterben! Same. Habe ich. I guess. Mann, weiß nicht. Ähm. Nächstes Loch. Ah, ein Eridium. Perfekt. Jetzt müssen wir noch viel irgendwo gewinnen. Und dann... Okay, ciao. Äh, das ist ja unheimlich. Was? Sieben Zwerge? Ernsthaft? Waren es sieben Zwerge? Ich glaub schon. Ja, das waren sieben. Okay, das waren sieben Zwerge. Und die haben alle verschiedene Namen gehabt, aber ich hab nicht drauf geachtet. Upsi. Ah, verstehe. Ich war bei den sieben Zwergen. So. Achja, das haben wir schon geschaut. Was haben wir denn aber hier? Ach, cool absorbieren. Gibt es mal wieder irgendwas mit dem Bergschaden? Bitte! So. Nein, die ist aber, glaub ich, schwächer als die andere. Bisschen gegen Neuigkeit. Oder ist hier vielleicht der Goliath? Warum liegt hier überall so viel Zeug rum? Hier drin war ich gar nicht. Ähm. Vielleicht eine Implosion. Ja, die Granaten mag ich. Wenn da auch noch Schockschaden oder so wäre. Gibt auch noch eines nochmal. Gut. Ja, das Goliath Zeug könnte dort sein. Ähm. Ja. Okay. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Das ist eine gute Machine Gun, wenn ich sage. Die nehme ich mir einfach mal. Naja, die ist nicht so gut. Die soll jetzt ziemlich genau sein. Ist auf jeden Fall in dem Radebildschirm-Tipp gestanden. Hallo. hustl. Sir. Hallo, Mann, App Ach, da hinten war der. man hat der schock schaden damit er da so lange zum nachladen aber sehr klar dafür hat das ding aus dem muni das gefällt mir gar nicht mit der waffe ist das nicht so einfach du willst mir nicht im nahkampf angreifen glaubt mir so hamming jumpin bitte nein kommando ich bin kein kommando slag explosion nicht schlecht nicht schlechter gespeicht oh eine implosion slaggranate hm ah was soll granaten soll granaten mod ich kann mich aber nicht entscheiden was abgebracht ist cosens nova ok aber ich kann mich kann nicht entscheiden ob ich da jetzt irgendwas mitnehmen soll vor allem die slag implosion ist interessant ah nein das ist eine standard explosion aha ok hier ist sie ja die war ein bisschen stärker normalerweise mache ich ja eh dann später wenn ich es aufgeskillt habe mit dem phase log feuers müssen freie explosion auch damit ich damit die feuer schaden kriegen alle ich probiere sie mal ich glaube ich habe sie ausgerüstet das ist eine normale implosion wir sollen natürlich ein bisschen besser von den stats her als die slag damit es halt ungefähr gleich sind ok wo geht es heute probieren wir mal das war nicht gesleckt worden überhaupt keine von denen also mhm auch ich mal nachher tot sei also wog ist du madem bleib wo du bist Ah, so, das ist schon tot. Menü kann nicht geöffnet werden, na, jetzt. Ach ja, aber die sind ja. Wo ist denn das Zeug? Spawnbombletts. Behandelt schaden pro Sekunde. Ist das gut bei denen? Ich glaube, das ist viel besser als die Säure. Dann haben wir die da rein. Ja, so, die sind die Laborarten, die sind ein bisschen stark. Die machen wir so. Aktivität ist ganz akkert, voll. Passt. Dreieinhalb mit granaten. Lauf das, super. Ja, mit dem Geld. Bitte, danke. So, ganz so viel Geld. Gut, ja, ich glaube, das passt. Die granate ist... Danke. Jetzt muss ich euch einmal angreifen, wenn du Säure getränkt bist. So. Nochmal. Nochmal. Das ist schon wieder voll schön. Ach da. So, meine Waffe bitte nicht wegfetzen. Slaggen... Ich bin jetzt für meine Waffe nicht wegfetzen. Ich bin jetzt auf der Kiste. Dann gehen wir gleich mal. Und... Ja, nein. Oh, da ist es relativ schnell anhandpunkt. Dann haben wir das andere. Der andere hat 9.1, glaube ich. Aber, klar. Stärker ist, dann hat er natürlich dann weniger, weniger gute andere Stats. So, da komme ich nicht, da komme ich weiter. Okay. So, heilen bitte. Okay, nice. Dann noch so ein Ding. Ach, hier warte ich ja schon. Und hier geht es gar nicht lang. Puh, ich weiß nicht, warum ich hier zurückgekommen bin. Geh mal lieber weiter, okay? Das klingt doch noch an dem Plan. Jo. Ne. Solltest du eigentlich da nach hinten fliegen, zu den anderen? Ja, perfekt. Daran rein, bist du da. Ah, der Granate ist schon raus. Der Granate ist schon raus, ne? Was denn? Ich bin nicht der Verlug. Schaschelt. So. Gut, so. Her, mit deinem Zeug. Ich tue mir zwar leid für euch, aber... Ich brauche Granaten. Das ist so, so ist es halt. Verzeihung, wenn ich abdrücken kann. Eigentlich... Äh, naja, so. Frage ich schon danach. Ja, ich weiß es auch nicht. Okay, hier ist nur der Checkpoint. Hier ist, keine Ahnung was. Geräusche. Was mache ich hier eigentlich gerade, wenn ich fragen darf? Achso, ja, die letzte bisschen Versuchung. Die hier ist... Kann ich nicht auswählen gerade. Aber ist hoffentlich da drin. Okay. Lasst mich... Äh... Wo bist du denn eigentlich? Hallo. Okay. Alles funktioniert. Ist hier was, oder... Warum kann ich da hinten drehen? Und... Ich brauche... Ich brauche... Ich will doch so viele, ja. Komm her, Alter! So, komm du Sünder, Mann. Okay, dann mach ich mich halt. Okay, upsie, das wollte ich nicht. Allt mal, Alter! Du hast keine Frage. Puh! Alter! Jetzt habe ich erst mal gerade am Arsch gegangen, dass ich so drüber rumbewegen da. So. Das haben die als 20, was? Aber, puh. Ich wollte denen doch mal einen Headshot verpassen, das ist so. So. Das versteht ihr noch. Zeug! Danke! Die haben immer so viel Zeug mit. Super. Da ist ne Waffenkiste. Der ist angefroren. Kann ich dann einfach mit ner Feuerwaffe draufballern. Hilfe! Was ist hier? Du hast mich? Duftst hier gar nicht? Ja, was ist hier? Duftst hier gar nicht. Ja, wesh! Das ist hier gar nicht. Naja, es ist hier gar nicht. Na, es ist hier gar nicht. er war schaden sollte man vielleicht behalten im fall deswegen was braucht so wohl ja bist du jetzt hier irgendwo vielleicht oder eher nicht so feuer habe ich irgendwas mit feuer aus meiner granate die aber zum gegner hin fliegt bevor das ding jetzt muss ich irgendwie anders machen ja so wird das nicht ok hat es jetzt überhaupt gelohnt schüsse schießt diese waffe überhaupt alter was ist das zurück zu dem ding von mir ist auch nicht meine lieblingsmachfarbe geil das ist wirklich cool ich glaube ich werde diese waffe sein wo aber sonst in die wütend Hier, ohne es ihnen durchgegangen zu sein. Hat noch was gehört. Uff, wie wollt ihr sich mal in die Karte hin? Nix. Ja. Ich verreihe dich aus ihrer Misere und denke mir nicht mal zurück, dass ich auch sammeln kann. Unglaublich. So. Wieder kommen von euch da und warum? Und dann möchte ich dir gleich die vierte Raborlatte... Raborlatte? Raborlatte? Genau. Machen, aber egal. Hat ja auch funktioniert. Tja. Damit kann ich leider nicht weiterhelfen. Hm. Wo ist noch ein guter Arketten? Wir fahren. Ja. Ja. Das war echt ne Show. Okay. Hast du da für mich nix? Okay. Okay. Jetzt komme ich hoffentlich an einen tollen Ort. Oh Gott. The Rock Cave. Ähm. Okay. Okay. Hat das was mit dem Goal jetzt zu tun? Lass nicht so an. Ruckman. Ey. Geil. Okay. Tschau. So. Da hab ich auch Ruckman getötet. sicher überhaupt keine Anspielung auf Batman-Wahn. So. Ach du heilige. Was ist denn das alles? Pfff. Okay. Minus Waffe-Genauigkeit. Gefällt mir schon mal nicht. So schnell wie ich abdrücken kann. So stärker als die andere. Was denn? Ist wirklich besser. Ich bin so unschlüssig. 79 Neuigt Gaumen. Das ist nicht möglich, das ist nicht wirklich eine SNAP-Bahn. Das ist nicht wirklich ein anderes Ding. So. Geil. Jetzt bin ich hier, wo ich eigentlich schauen wollte, ob... Das Ding hier ist, genau. Habe ich in der Sonne-Map noch nicht entdeckt. Vielleicht sollte ich dort hingehen. Ah, bei das Token nochmal. So, was haben wir gesagt? Haben wir am wenigsten jetzt möglicherweise einen Traffekt. Traffekt ist gut. Das ist ein Verschaden von mir jetzt auch nochmal. Ja, das hat mich snapper-mäßig gedacht. Karte wollte ich mir ja gucken. Ich war schon überall. Ich habe aber nichts gesehen. Nur Goliath? Was soll das versteckt sein? Nicht entdeckt, steht da. Da muss ich irgendwas finden. Aber, puh. Wo? Wenn ich schon die Wahl war. Ich habe es nicht gefunden. Bin ich blind. Hm, das ist natürlich doof. Ich schaue schon nach, wo das ist, glaube ich. Weil sonst, ich will das jetzt machen. Ah, ja. Ich habe nachgeguckt. Hier ist er, ja. Ah, schauen wir mal. Hältst du von unserer Salt-Rifle? Hm, nicht so schlecht. So. Ah, hier ist er ja. Ich habe ihn gar nicht gesehen, weil der Blaustrich fehlt. Ich dachte, das ist Dingens. Aber da ist ja kein Blaustrich, wenn das ein Missionsding ist. So, sonst will Bummeltz. Nee, boah, nicht. Äh, Notiz der Nicht-Person. Notiz der Nicht-Person über Versteck für viele Gnabenswachen. Ich hin und wieder an den Goliath eine gute Idee. Ich habe die Waffen zu deinem Bruder in der Frisch geschickt. Klar, die Blau-Gerenswäsche. Ach, gut. Aber wo ist Waffenladung? Ich habe es dir doch gerade erklärt. Craig vergessen. Du doch mal sagen oder Craig nehmen Helm ab. Alles klar. Snapper-Monie. Achso, ja, das ist ja keine Snapper. Ich denke, die ganze Zeit nicht mehr Snapper. Aber das ist ja gar nicht. Okay, ja. Wenn ich die Person abgeschlossen habe, dann erst finden das Waffenversteck. Ist das jetzt hier oder was? Ja. Ich kann aber keine Zwerge mehr tüten, glaube ich, weil ich die Schanale getötet habe. Kann das sein? Das Waffenversteck, das eine da. Ja, okay, das, was zugefroren war. Ja. Ja, ich weiß schon. Okay, cool. Bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht mehr machen kann. Und das Ding angeraten. Total. So, das aber funktioniert. Das andere jetzt. Nirgendwo. So, das sind ja kleine Zwerge. Schauen wir mal ganz kurz. Ach ja. Wenn ich mich nicht mal erwischt, dann versucht es erst gar nicht. Okay, tschau. Zwerge. Irgendwo. Hallo. Zwerge. 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 Ich suche euch. Jetzt hat meine letzte Hoffnung. Zwerge. Ich brauche euch. Ich brauche euch. Belohnung. Krass. Und was habe ich für eine Belohnung? 1.537 Malterer Raketenwerfer. Mollig-Warn. Eine weitere Herausforderung gemeistert. Oh, äh. Hi. Was für ein Glück bist du? So. Tschüss. Smash it. Liebe die Granaten. Das sind die Bank. Ständer Zwerg. Was ist das schon mit der Ständer Zwerg? Oh, Zeug. Hier redet ich mir, glaube ich, 18. Nein. Die waren eins. Schildkapazität bis 220. Zwerge. Entschädigung, Zerstörung, Schutzmaßnahme. Was? Entschädigung. Was ist da? Entschädigung, Zerstörung. Entschädigung und Zerstörung. Das ist viel besser. Der Feuerrat. Der wird einen Schaden. Sogegen. Zuerst schauen wir schon. Fangen aber Schaden. Verloren hast du nicht so doll, wenn ich ehrlich bin. Ist das viel wert? 1200. Das erste Ding, was ich finde, was über 1200 wert ist, glaube ich. Ja, über 1000 wert ist, meine ich. So. Dann haben wir hier noch irgendwelche schlechten Sachen. So. Krippenwerfer ab und zu keine Muni verbraucht. Aber davon habe ich jetzt die zwei, oder? Nicht? Okay. Egal. Was die mal fallen. Ich weiß nicht, warum. Das war viel wert. Egal. So. Die fand ich eh nicht so gut. Schock. Ja. Okay. So. Den Platz habe ich. Kann ich noch was mitnehmen? Nein. Okay. Das ist aber eh nicht so schlimm. Das will ich auch nicht unbedingt. Passt. Dann. Schaut dich, wie ich. Einfach mal spielen neu, damit ich wieder am Eingang bin. Und dann können wir direkt weiter reisen. Das ist, glaube ich, eine sehr tolle Idee. Und. Dann hoffe ich, ihr seid beim nächsten Part wieder dabei. Danke fürs Zuschauen. Ich muss jetzt aber leider gucken, was dringend ist. So. Ladies and Gentlemen. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.